Hallo und herzlich willkommen zur Filmnews am Sonntag. Wir machen jetzt ein bisschen schneller, damit wir hier durchkommen mit den ganzen Themen, weil wir auch noch ein Tönig nehmen vom letzten Wochenabend und los geht's! Fangen wir an mit Now You See Me 2. Dieser wird am Ende des Jahres anfangen zu verfilmen zu werden. Bläh! Komische Wortwahl. Egal. Wir versuchen jetzt mal ohne Cuts weiterzukommen. Mal sehen, wie das funktioniert. Der Film soll auf jeden Fall mehr auf die Personen zielen, die halt, wenn sie nicht auf der Bühne stehen, mehr auf die Illusionisten, wenn sie nicht auf der Bühne stehen. Mal gucken, was das wird. Weiter zum nächsten Thema. Der Dr. Who Mads Smith kommt im neuen Terminator-Teil vor und wird da wahrscheinlich eine sehr große Rolle spielen. Nächstes Thema. Der Film Olympias Has Fallen hat ja einiges eingebracht in die Kinos und dadurch entschließt sich natürlich ein zweiter Teil eines Sequel und der heißt London is Fallen, kommt im Oktober 2015 in die Kinos. Nächstes Thema. Es kommen Gerüchte auf, dass Tim Blake Nielsen wahrscheinlich in den Fantastic Four Reboots mitspielen wird. Als was genau weiß man noch nicht, aber es könnte sein, dass er mitspielt. Weiter geht's. Der komplette Cast von Star Wars Episode 7 ist bekannt gegeben worden. Damit ich mich jetzt nicht wiederhole, könnt ihr natürlich hier gerne DG Film angucken, das neue Format auf dem Filmkanal stargatehome.de. Nächstes Thema. J.D. Payne und Patrick McKay sind jetzt davon ausgegangen, ein Flash Gordon Reboot zu machen. Wer das sehen möchte, schreibt es in die Kommentare weiter. Nächstes Thema. Neben Rooney Marrow und Hugh Jackman wird jetzt auch Amanda Seyfried in dem Film Pan mitspielen. Vielleicht als Dinkerbell? Keine Ahnung. Nächstes Thema. Dann haben wir die ersten drei Fotos zum Film Jurassic World, also Jurassic Park 4, wie auch immer, hier zu sehen. Einmal mit einem Kamerashot auf eine Person, einmal einen Shot auf einen Wagen und einmal einen Shot über eine Wildnis und dem Sitz, wo drauf steht Jurassic World. Weiter. Nach dem großen Erfolg des Lego Movies will jetzt weitergemacht werden und zwar mit einem Barbie Live Action Movie. Yay, Barbie Movie. Weiter geht's. Peter Jackson kann sich nicht so wirklich einig werden. Erst sollten es zwei Teile werden, dann sollten es drei Teile werden und jetzt wird der dritte Teil umbenannt. Also er wird nicht mehr There and Back Again heißen, also hin und zurück, sondern The Battle of the Five Armies. Also die Schlacht der fünf Armeen. Was das zu bedeuten hat, lest das Buch. Und weiter. Nächstes Thema. Batman vs. Superman nimmt Ray Fisher als Cyborg dazu. Ja, das war's. Weiter. Und dann haben wir noch das allererste Picture, Bild, ja, ich wollte was anderes sagen, egal, von World of Warcraft. Ähm, ja, viel Spaß dabei und Endcard. So, das war's für diese Woche. Ein bisschen flotter, ein bisschen durchgeprescht diesmal, äh, weil's nicht anders ging, weil wir halt so viel zu erzählen hatten. Ähm, und... Guckt euch jetzt die Kritik zu dem Muppets-Film an oder die Daily News, äh, verlinke ich hier auch nochmal, ähm, zu den Star Wars Charakteren auf dem, ähm, Filmkanal stargatehome.de. Ich wünsche viel Spaß beim Gucken, wir sehen uns am, ähm, morgigen Tag wieder, äh, vielleicht zu den Zuschauern, okay, nur mal sehen. Ähm, oder nächste Woche zu einer neuen Kritik zu... Ich hab keine Ahnung, wo's läuft. Bis dann, Leute, ciao.